Was ist das? Ich denke an ein amerikanisches Kriegsschiff. Die Amerikaner transportieren von deutschen Häfen Waffen nach Vietnam. Und, äh, du willst so ein Schiff sprengen? Mit eurer Hilfe. Aber auf so einem Schiff arbeiten Menschen. Wir müssten sie vorher von Bord bringen, vielleicht runterlocken. Tschau, guck mal, das ist selten. Du weißt, wie sehr wir deine konstruktive Arbeit schätzen, aber das ist... Was ist? Ihr redet immer von große Aktion. Ich gebe euch die Möglichkeiten dazu. Alle ziehen! Gehören einfach mit dazu. Na ja, aber ein Danke wär schon mal ganz schön. So toll waren ihre Leistung auch nicht. 20% mehr Umsatz ist nix, aber wir haben... In der Wirtschaftslage können sie froh sein, wenn sie ihren Job behalten. Na, du aber auch. Hier ist ja nicht mal die Software legal. Jetzt wiedersehen. ana Catalina bei beim